Ey, warte mal kurz. Ey, warte mal kurz. Ey, Johnny, warte mal kurz. Ey, Johnny, warte mal kurz. Kannst du mit uns helfen? Du bist schon dieser Scheiße. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin der Anton. Ich bin der Anton. Tschüss. Tschüss. Ey, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich hab gesehen, du hast mich erkannt, ne? Du weißt ja, wer ich bin, ne? Du weißt ja, wer ich bin, oder? Seabass? Seabass? Von BullshitTV? Von BullshitTV. Mich kennt jeder hier in Bochum. Hä, mich kennt auch jeder hier in Bochum. Willst du ein Foto? Also soll man ein Foto machen? Ich hab hier auch ein paar Autogrammkarten dabei. Ich hab auch ein paar Autogrammkarten dabei. Bleib doch mal stehen. Mach doch mal stehen. Hey, ist schon sehr arrogant, oder? Ist schon sehr arrogant, ne? Dieses Jacket hat den fettesten Swag. Dieses Jacket hat den fettesten Swag. Damit kann man die Bitches klären, oder? Damit kann man die Bitches klären, oder? Ja. Mit dem Gangster-Sacko des Todes. Mit dem Gangster-Sacko des Todes. Ist zwar kein Sacko, aber gut. Ist kein Sacko. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Ich hab nur ne ganz kurze Frage. Könnt ihr ganz kurz stehen bleiben? Könnt ihr ganz kurz stehen bleiben, ist nur ganz kurz. Wie würdet ihr mich bewerten, so optisch? So, wie würdet ihr mich bewerten? Auf einer Skala von 1 bis 10. Auf einer Skala von 1 bis 10. Na komm, wir geben ihm eine 8. Ja. Eine 8? Eine 8? Das ist aber jetzt schon ein bisschen wenig, oder? Das ist aber schon ein bisschen wenig, oder? Also... Wir sind schon eingebildet hier. Wir sind nur eingebildet. Ich bin nur selbstbewusst. Ich bin nicht eingebildet. Ich bin nur selbstbewusst. Ihr habt mich ja noch nicht nackt gesehen. Aber ihr habt mich ja noch nicht nackt gesehen, ne? Ihr habt mich ja noch nicht nackt gesehen, ne? Ja, okay. Alles klar, okay. Ciao. Hey! Hey! Schöne Frau bist du. Was hier bist? Coole Frau bist du. Danke. Ich wäre auch gerne mal eine Frau. Ich wäre auch gerne mal eine Frau. Ist das geil, so eine Frau zu sein? Ist das geil, so eine Frau zu sein? Das ist normal, ne? Warte doch mal ganz kurz. Das ist doch richtig geil, oder? Das muss doch bestimmt richtig geil sein, wie ist normal. Könnt ihr mir ganz kurz helfen? Und zwar, es geht um meine Freundin. Es geht um meine Freundin. Und zwar, wir sind jetzt ein Jahr zusammen. Und zwar, wir sind jetzt ein Jahr zusammen. Also, morgen ist einjähriges? Morgen ist einjähriges. Und da wollte ich dir halt ein Lied vorsingen. Da wollte ich dir halt ein Lied vorsingen. Okay. Das habe ich selbst geschrieben. Und das habe ich selbst geschrieben. Also mit einem Bleistift. Und wie sollen das jetzt beurteilen? Genau, richtig. Baby, hör mir zu. Baby, hör mir zu. Ein Jahr ist es her. So lange ist es her. Da ging ich hinter dir her. Da ging ich hinter dir her. Und dann hatten wir Verkehr. Dann hatten wir Verkehr. Ich hab dich angesprochen. Ich hab dich angesprochen. Ich wollte immer mehr. Ich wollte immer mehr. Okay, jetzt noch die Hook. Ich sing jetzt. Jetzt kommt die Hook. Eine Sekunde. Es ist schon ein Jahr. Es ist schon ein Jahr. Dass wir zusammen sind. Dass wir zusammen sind. Und ich bin dir fremdgegangen, du Hure. Und ich bin dir fremdgegangen. Du Hure. Wie findet ihr es bisher? Ich bin Rapper. Ich bin Rapper. Also ich rapp so ein bisschen. Und ich hab nen Rap vorbereitet. Ich hab nen Rap vorbereitet? Danke. Ich fang einfach mal an, okay? Ich fang einfach an, ja? Okay. Also. Warte, jetzt hab ich kurz vergessen. When the step in a dub. When the bitch is a club. On the bitch is a club. Wie fand's das? Wie fand's das? Also noch ein bisschen üben. Üben noch? Wieso? Ich suche das scheiß Rathaus. Das scheiß Rathaus? Das ist eigentlich ganz einfach. Siehst du da in Saturn? Kann man da auch mit dem Rad hin? Kann man da auch mit dem Rad hin? Ja, du musstest einmal hier einen großen Bogen rumfahren. Ich weiß nicht, ob das… Aber trotzdem ein guter Ratschlag. Aber du kannst ja auch einfach machen, wenn du mit dem Rad hier bist. Fährst du einfach, wo hast dein Rad denn stehen? Ja, aber es ist auf jeden Fall ein guter Rad. Hast du den Witz gemerkt? Hast du den Witz gemerkt? Hast du den Witz gemerkt? Gecheckt? Ach so. Rathaus, Rad, Ratschlag. Genau. Ich bin Comedian. Ich bin Comedian. Und ich mache hier Promo für meine neue Show. Und ich mache hier Promo für meine neue Show. Und dann mache ich halt auch so Wortspiele mit Rad. Und dann mache ich halt auch so Wortspiele mit Rad. Und dann mache ich halt auch so Wortspiele mit Rad. Ganz viele. Rate mal wie die heißt. Rate mal wie die heißt. Wissen Sie, wo es hier zum Club geht? Zum Bahnhof? Also zum Bahnhof? Zum Bahnhof? Ja. Ne, interessiert mich nicht. Interessiert mich gar nicht. Ich habe einfach nur so gefragt. Ich habe einfach nur so gefragt. Um sie aufzuhalten. Also um sie aufzuhalten. Um ihnen Zeit zu stehlen. Also um ihnen Zeit zu stehlen. Weil ich so ein destruktiver Typ bin. Weil ich ein destruktiver Typ bin. Und Menschen gerne abfucke. Und Menschen gerne abfucke. Okay. Das ist mein Naturell. Ja? Das ist mein Naturell. Das ist mein Naturell. Das macht mich glücklich. Ja. Das macht mich halt glücklich. Ja. Das weiß ich. Das weiß ich. Seid ihr schon in einer Gang? Seid ihr schon in einer Gang? Nein. Weil ich habe jetzt gerade eine neue Gang gegründet. Weil ich habe jetzt gerade eine neue Gang gegründet. Und hier. Also ich bin jetzt zwar noch alleine? Also ich bin jetzt zwar noch alleine in der Gang. Aber so ich will auf jeden Fall die krasseste Gang der Welt aufbauen. Aber ich habe vor, die krasseste Gang der Welt aufzubauen. Und das Ziel meiner Gang ist es halt, ganz Bochum zu kontrollieren. Und da brauche ich natürlich auch Komplizen auch so. Da brauche ich ein paar Komplizen. Ein paar richtig krasse Gangmitglieder. Und ihr seht schon heftig genug aus. Ihr seht schon heftig genug aus schon mal fürs Erste. Mit der Tüte und so. Mit der Tüte und so. Ach ihr seid schon in einer anderen Gang? Ihr seid schon in einer anderen Gang oder was? Ihr seid die Spione? Seid ihr Spione? Boah ey, legt euch nicht mit meiner Gang an. Legt euch nicht mit meiner Gang an. Die Red Gangs das machen alles kaputt. Die Red Gangs das machen alles kaputt, Alter. Jo Leute, das war es mit dem Video. Und jetzt könnt ihr uns noch einen riesigen Gefallen tun. Denn wie viele von euch wissen, haben wir ja beim Ytiti Takeover Battle mitgemacht. Mit unserem Video Eltern, die jeder kennt. Das verlinken wir mal hier und hier. Und hier. Egal wo ihr hinklickt, ihr kommt drauf. Und ihr könnt uns einen Gefallen tun, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Damit stimmt ihr nämlich für uns ab. Und das geht nur noch bis heute Abend. Also Mittwochabend um Mitternacht. Genau. Das heißt, nur heute würde eure Stimme noch zählen. Das heißt, gebt einen Daumen hoch. Wir haben uns eine riesige Hilfe. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Shit-Dorf wieder mit Wenn Männer wie Frauen werden teils. Ja. Alles ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020